ARD Text im Auftrag von Funk Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Rider in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Rocky will nicht baden. Rubble, die Bulldogge, sauste auf einem gelben Skateboard die Straße entlang. Rubble hatte es eilig, denn heute war im Hundesalon Badetag. Und Sky, die schlaue Cockepoo-Dame, eine Mischung aus Cockerspaniel und Pudel, ließ sich bereits einen Lockenwickler in ihre Stirnhaare drehen. Danke, Kathi. Kathi ließ das Badewasser ein. Eines mit viel Schaum. Okay, Rocky, dein Bad ist fast fertig. Aber Rocky, der kleine Mischling, war nirgends zu sehen. Er war wasserscheu und versteckte sich immer, wenn er baden sollte. Ganz anders als Rubble, der gerade hereinsauste. Hey, 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 heute ist Badetag. Ich liebe es, warm zu baden. Hallo, Rubble. Das Badewasser ist eigentlich für Rocky, aber ich weiß nicht, wo er steckt. Na, da kam er doch genau richtig. Rubble machte Männchen. Dann rein mit dir. Danke, Kathi. Wie schön. Gut, und jetzt ist Rocky dran. Hat ihn zufällig jemand gesehen? Rocky, hallo. Rocky hatte sich hinter den Handtüchern versteckt. Aber Katzi, eine kleine graue Katze mit weißer Schwanzspitze, fegte mit ihrer Pfote ein Handtuch nach dem anderen zu Boden. Da bist du ja. Komm schon. Rocky wollte aber nicht baden. Als Kathi sich umdrehte, war er schon wieder weg. Wo ist er denn nun hin? Im Wäschekorb. Aber Katzi entdeckte ihn auch dieses Mal. Wow. Rocky. Hallo, Kathi. Ist mein Bad etwa schon fertig? In der Zentrale der Fellfreunde war Ryder, der Freund der Hunde, gerade dabei, eine Schraube an seinem roten Quad nachzuziehen, als das Telefon klingelte. Hallo. Hier ist Ryder. Oh, äh, hallo Ryder. Hallo, Käpt'n Tollpatsch. Was gibt's? Also, äh, es ist mir unangenehm, aber mein Schiff, wie soll ich sagen, es steckt fest. Die Flunde hat sich festgefahren? Haha, ich fürchte ja, Ryder. Ich hänge auf Felsen und wir haben bald Ebbe. Wenn ich die Flunde nicht freikriege, landet sie bestimmt auf dem Boden der Bucht. Ich wollte mal fragen, ob mir die Helfer auf vier Pfoten helfen können. Keine Sorge, Käpt'n Tollpatsch. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Rubble planschte gerade im Schaumbad, als der Chip zu blinken begann, den er, wie alle Fellfreunde, am Halsband trug. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder hat angerufen. Oh, dann kann ich nicht in Ruhe zu Ende baden. Wie sag ich immer so gerne, Rubble ist der Retter. Zur Zentrale. Ryder braucht uns. Und darüber war niemand glücklicher als der wasserscheue Rocky, dem sein Bad damit erspart blieb. Ich muss los. Jeder der Fellfreunde ließ alles stehen und liegen und flitzte zur Zentrale hinüber. Wuhu, 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 wuhu. Marshall, der tollpatschige Dalmatiner, war mal wieder der Letzte. Und rannte die anderen, wie so oft, über den Haufen. Entschuldigt, in der letzten Kurve war ich etwas zu schnell. Alle kamen schnell wieder auf die Pfoten und stiegen in den gläsernen Fahrstuhl. Auf dem Weg hinauf sprangen sie in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken, die sie immer trugen, wenn sie einen Auftrag bekamen, und in denen alles verstaut war, was sie brauchten. Zum Schluss setzten sie die Helme auf. Und dann waren sie oben. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit. Hört zu, Fellfreunde, wir haben einen Notfall. Ryder zeigte auf einen großen Bildschirm, auf dem jetzt der Kapitän erschien. Das Schiff von Käpt'n Tollpatsch steckt fest. Hilfe, 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 Hilfe! Eingeklemmt zwischen Felsen. Wenn ich die Flunder nicht freikriege, landet sie bestimmt auf dem Boden der Bucht. Wir müssen ihm helfen. Käpt'n Tollpatsch braucht uns. Wir müssen die Flunder retten. Was ist eine Bucht? Wir müssen uns überlegen, wie wir das Schiff von den Felsen kriegen, bevor wir Ebbe haben. Und Ryder wusste auch schon genau, welche Fellfreunde ihm dabei helfen konnten. Zuma? Wir brauchen dich und dein Luftkissenboot, damit wir das Schiff von den Felsen ziehen können. Ab ins Wasser! Sky, du fliegst bitte mit deinem Hubschrauber drüber weg und findest den besten Weg durch die Felsen. Das war doch ganz nach Skys Geschmack. Ich bin der Flughund! Die Helfer auf ihr Pfoten legen los! Nacheinander sausten Ryder, Zuma und Sky die große Rutsche hinunter, die von der Zentrale direkt ins untere Stockwerk führte, wo die Fahrzeuge der Freunde parkten. Zuma sprang in sein Luftkissenboot, mit dem er im Wasser und auf dem Land fahren konnte. Sky hopste in ihren Wohnwagen, der ihm nun zu einem Hubschrauber wurde. Und Ryder machte sein Quad-Start klar. Das war ein Motorrad mit vier dicken Rädern, das ihn überall hinbrachte und sich sogar in ein Schneemobil oder ein Jetski verwandeln konnte, der auf dem Wasser fuhr. Schon waren sie unterwegs. Sie mussten so schnell wie möglich zu Käpt'n Tollpatsch und erreichten bald den kleinen Hafen. Ryder drückte auf einen Knopf und unter den Rädern seines Quads erschienen Kufen, auf denen er über das Meer gleiten konnte. Rettungsweste aufblasen! Zuma, der braune Labrador, war der erste, der mit seinem Luftkissenboot im Wasser war. Wie der Wind sauste er über die Wellen und dann immer Sky hinterher, die mit ihrem Hubschrauber nun vorausflog und ihren Freunden den Weg zeigte. Ryder war dicht hinter ihnen und das dauerte nicht lange, bis die Flunder in Sicht kamen. Hallo, hier bin ich! Danke, dass ihr mich retten kommt! Was ist passiert, Käpt'n Tollpatsch? Tja, weißt du, ich hab dem wasserlustigen Walross Walli in den Wellen zugesehen. Und da hab ich leider nicht mehr auf die Felsen geachtet. Und jetzt steck ich fest! Das kriegen wir schon hin. Zuma und ich ziehen sie raus. Können Sie die Tower festmachen? Er warf Käpt'n Tollpatsch zwei dicke Seile zu, von denen das eine an seinem Jetski festgemacht war und das andere an Zumas Luftkissenboot. Schnell befestigte der Käpt'n die Seile an einem dicken Haken. Alles klar! Ja, okay, Käpt'n. Sky, wie sieht's von da oben aus? Ich seh keine Felsen in Richtung Robbeninsel. Wenn ihr den großen Felsen direkt vor euch umfahren könnt, ist der Weg zur Robbeninsel frei. Verstanden. Gib Gas, Zuma! Die Taue spannten sich immer weiter und weiter, aber es tat sich nichts. Das Schiff hängt immer noch fest! Gibt es irgendetwas Schweres an Bord, was Sie nicht brauchen? Das Schiff schwimmt nämlich höher, wenn es leichter ist. Hm, nein. Oh, wartet, ich weiß! Der Käpt'n lief unter Deck und kam wenig später mit einem dicken Walross auf dem Arm wieder hinauf, das kaum durch die Kabinentür passte. Ich hab die Ess- und Schlafgewohnheiten erwachsener Walrosser studiert. Er scheint ziemlich viel zu essen und zu schlafen. Da hast du recht! Bestanden, Walli! Komm bald wieder! Jetzt sollte es klappen. Und los geht's, Zuma! Noch einmal gaben Ryder und Zuma Gas. Und dieses Mal schafften sie es, die Flunder langsam ins Wasser zu ziehen. Ja, das Schiff ist vom Felsen! Oh, ja! Ja! Wuff! Juhu! Aber sie freuten sich zu früh. In der Seite des Schiffes prangte ein ziemlich großes Loch, durch das immer mehr Wasser eindrang. Oh je, Käpt'n Tollpatsch, sie sinken! Stimmt, jetzt merke ich es auch. Das Schiff sinkt immer tiefer ins Wasser. Hilfe! 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 Ich sinke! Oh! Ryder überlegte fieberhaft. Was konnten er und die Fellfreunde tun? Ganz ruhig, Tollpatsch! Ganz ruhig! Alles in Ordnung! Tief durchatmen! Alles gut! Die Felsen haben ein Loch in das Boot gerissen. Wenn das so weitergeht, sinkt die Flunder, bevor ich meine Insel erreiche. Tja, wir müssen etwas unternehmen. Das ist es! Rocky hat bestimmt etwas, um das Loch zu flicken. Er muss so schnell kommen, wie es geht. Aber wo steckte Rocky? Er und die anderen Fellfreunde waren zum Hundesalon zurückgelaufen und der kleine Mischling sollte gerade in die Badewanne steigen, als der Chip an seinem Halsband zu blinken begann. Das ist Ryder! Ja, ich muss nicht baden! Rocky sauste so schnell los, dass er gegen Katzi stieß und die ins Wasser plumpste. Was ist los, Ryder? Was brauchst du? Etwas, womit wir ein Loch im Schiff vom Käpt'n flicken können. Ich kümmere mich darum. Niemand konnte so gut Dinge reparieren wie Rocky. Aufgeregt kramte er in seinem Recycling-LKW herum. Nein, das reicht nicht. Das auch nicht. Zu klein. Nein, nicht stark genug. Ich hab's! Nicht verschwenden, wiederverwenden. Ich hab ein Metallteil gefunden, um das Loch zu verschließen, bis Käpt'n Tollpatsch seine Insel erreicht hat. Sky ist unterwegs. Sie fliegt nicht ruckzuck zu uns raus. Kurze Zeit später baumelte Rocky an einem dicken Seil unter Skys Hubschrauber und wurde daran über das tiefblaue Meer gezogen. Ja, ich bin der Flughund! Hey, nicht zu tief! Wir fliegen über die größte Badewanne der Welt und ich versuche trocken zu bleiben! Rocky war sehr erleichtert, als sie die Robbeninsel erreichten, wo Ryder und Zuma auf sie warteten. Lasst mich schnell runter! Beinahe wäre Rocky doch noch im Wasser gelandet. Wow! Vorsicht, Rocky! Du wirst sonst nass! Wieso versuchen heute alle, mich nass zu machen? Rocky gab Ryder das Metallteil, das er mitgebracht hatte. Das Metall ist genau richtig. Na los, wir bringen es am Schiff an, Zuma! Ab ins Wasser! Rasch fuhren sie zur Flunder zurück, wo Käpt'n Tollpatsch aufgeregt an Deck auf- und ablief. Alle wollen von Buss! Sicherheitshalber trug er einen Schwimmreifen in Form einer Ente um den Bauch, eine Taucherbrille über den Augen und einen Schnorchel um den Hals. Nicht so schnell, Käpt'n! Mein Fellfreund Zuma und ich sind wieder hier, um sie zu retten. Und ihr Schiff! Ryder schlüpfte in seinen Taucheranzug und auch Zuma machte sich startklar. Dann tauchten sie ab und schwammen unter das Schiff. Gemeinsam gelang es ihnen, das Loch mit dem Metallteil und einigen Schrauben fest zu verschließen. So würde es bestimmt gehen. Zufrieden tauchten die beiden wieder auf. Wir haben es geschafft! Danke für deine Hilfe, Zuma! Leg los, Ryder! Alles klar! Schon hopste Zuma in sein Luftkissenboot und Ryder auf sein Quad mit den Kufen. Gemeinsam nahmen sie das Schiff an den Haken und zogen es Richtung Robbeninsel. Ha ha ha! Es hat geklappt! Ja, ihr habt die Plunder gerettet! Ha ha! Super! Käpt'n Tollpatsch war überglücklich, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Danke Ryder und Zuma! Ha! Und dir auch, Sky! Und was war mit Rocky? Kraul mich am Bauch! Kraul mich am Bauch! Ha ha! Und dir danke ich auch, Rocky! Ohne deine Hilfe würde die Plunder jetzt auf dem mächtig-matschigen Meeresboden liegen. Da gibt es keinen Zweifel! Ha ha ha! Ich bin kitzelig! Ich bin kitzelig! Ha ha ha! Das habt ihr toll gemacht, Freunde! Zur Belohnung geht es jetzt ab auf den Spielplatz! Ja! Juhu! Natürlich sagten sie auch den anderen Fellfreunden Bescheid. Und schon bald tobten alle ausgelassen herum. Ja! Bis Rocky die Rutsche hinuntersauste und kopfüber in einer matschigen Pfütze landete. War klar. Er wusste, was das bedeutete. Hier, bitte sehr, Rocky! Ein Bad für dich allein! Wieso ich? Aber Rocky war nicht allein. Katzi hatte sich im Schaum versteckt und spritzte den kleinen Mischling nass. Und das gefiel ihm sogar. Das sah im Schaum versteckt. Wir sehen uns im Schaum Perdium Вас. Ich bin schaum Liberalum. Ich bin Schaum Li Long положant. Ich bin so süß können zu uns Justine Pfütze haben. Mein Schaum Torfj Election ist leer harmonic. médico schaum ст мешiert kinder Schaum. und dann att醫 такой ho fertig mit dem K més oder das finde ich am lieben, mit ihnen Monster im Schaum criminal. Jun und manipulchant. mutual in der DrohKalponohokuHein Bescheidarube